Musik Für den Grundtag der Muffins benötigen wir 120 Gramm Butter 200 Gramm Mehl 150 Gramm Zucker 2 Eier 125 Milliliter Milch Vanillearoma oder Extrakt Toffee-Face Und 1 Teelöffel Backpulver Als erstes werden die Butter und der Zucker gut miteinander verrührt Musik Nun die Eier dazu Und nach und nach die restlichen Zutaten Musik Untertitelung des ZDF, 2020 So, den Teig bis zur Hälfte in ein Muffinförmchen füllen und dann jeweils in ein Förmchen ein Toffifee drücken. Anschließend noch mit dem Teelöffel etwas Teig auf das Toffifee geben, damit wir hinterher einen schönen Deckel machen. Die Muffins werden dann bei 180 Grad 20 bis 25 Minuten gebacken. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020